Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kingdom. Ich hatte letztes Mal überlegt, ob ich jetzt dieses Zeltlager aufgeben soll, indem ich den letzten Baum hier fälle, aber ich glaube, das mache ich erstmal noch nicht. Ich werde dafür erstmal hier die Mauer erweitern. Andererseits habe ich natürlich jetzt auf dieser Seite dann noch keinen Schützenturm, aber mach egal. Bis nach 20 ist ja noch lange hin und bis dahin können wir das ja immer noch machen. Außen kommt ja hier schon der Ritter mit seiner Truppe an. Das ist, glaube ich, auch der Einzige bisher auf dieser Seite, oder? Na, sieht so aus. So. Dann wird das noch maximalst ausgebaut. Und dann geben wir hier nochmal wieder ein bisschen Watt rein. Wir haben es ja, wir sind ja reich und so. Müssen wir den Turm noch ausbauen? Nö, eigentlich nicht. So. Yield, 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 Yield. Das nehmen wir auch noch mit. Ist auch noch. Der hat nur zwei. Die anderen haben wahrscheinlich die hier geklaut. Jawohl. Ich scanne doch meine Pappen einmal. Da rotzt dann noch mehr raus, aber das brauche ich jetzt gar nicht mehr. Wieso richten die sich eigentlich alle hier bei diesem einen Bauernhof ein? Ich meine, es wäre auch nicht schlecht, wenn wir auf der anderen Seite welche wären. Dann müsste ich nicht immer über die ganze Karte latschen. Ja. Egal. So, damit die sich jetzt nicht langweilen hier, die letzten. Das ist eigentlich nur der eine, oder? So, hier wäre ein perfekter Platz für ein Portal. Müssen wir uns merken. Weil dann können wir nicht dadurch immer reinlatschen und müssen nicht immer die ganze Map hier durchqueren, um... um hier hinten hinzukommen. Nötig ich das jetzt noch, die mitzunehmen? Ja, lohnt sich immer. Gucken. So, dann geben wir da schon mal einen Auftrag, weil das dauert ja ein bisschen, bis die Bauarbeiter hier sind. Oh, das ist wieder durch. Dann füttern wir das mal wieder. So, kommt hier noch einer diese Nacht, oder nicht? Nacht ist schon halb rum. Na, ich glaube von dieser Seite kommt heute Nacht keiner. Umso besser. Dann können wir die auch noch anheuern. Und das ist das andere Portal. Okay, dann sind wir da am Ende. So. Und können eigentlich gleich bis hierhin vorstoßen, oder? Machen wir das mal. Ist ja kein Platz mehr für einen Turm irgendwo. Nö, das ist alles noch hier für die Mauern. Ist ja doof. Turm und Mauern nebeneinander wäre natürlich am besten. Hier ist auch nischt. Nope. So, der Bauarbeiter... Äh, Kollege. Warum natscht er daran vorbei? Ach, jetzt will er erstmal ganz hinten die Mauer wahrscheinlich ausbauen, ne? Na supi. Hier, Portal wäre auch mal nett. Eigentlich. So ein bisschen. So, hier ist der letzte Turm. Und dahinter ist keine Position mehr? Nö. Offenbar nicht. Nö, dann... Dann eben nicht. So, die anderen... Eigentlich brauchen wir die Bäume ja alle nicht zu fällen, oder? Gut, ich meine hier noch einen weiteren Turm bauen ist vielleicht nicht schlecht. Äh, weitere Mauer bauen ist vielleicht nicht schlecht, weil hier jetzt kein Turm gebaut werden kann. Dann haben wir immerhin eine doppelte Sicherung. Dann werden wir jetzt erstmal den einen Turm hier noch ein bisschen ausbauen. Ach, ich sag mal Turm. Die eine Mauer! Okay. So. Du bleibst hier. Hemma, Hemma. Du bleibst immer noch hier. So, jetzt brauchen wir neues Gold. Jetzt können wir die Mauer nicht weiter ausbauen. Und es wird schon weiter Nacht. Nee, nee, nee. Das geht immer schnell. Ich hab doch gar nicht gesehen, dass hier ein Smiley drauf ist, oder? Ist das... Das können auch noch Verzierung sein. Das sieht aber aus wie ein Gesicht. Hm. Das sind die beiden von hinten. So. Er schleppt jetzt das Katapult weiter. Immer noch nicht genug Gold. I need some gold, gold, gold is what I need. Hey, hey. So, noch ein Hammer, würde ich sagen. Ui. Ein Goldstück. Yeah. So. Ist der versorgt. Hier holen wir uns das ganze Gold. Wunderbar. Und wir haben ja noch kein Portal. Ist doof. So, da haben wir jetzt genug Gold. Nom, 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 nom. Und wieder zurück. Der Bogenschütze geht nach rechts. Na, warum nicht? So, jetzt nicht zu verschwenderisch sein. Wir brauchen noch ein bisschen Gold übrig für... Die Mauern. Nicht für den Turm. So. Okay. Mal schauen, wie weit die jetzt das Katapult schon gebracht haben. Den nehmen wir noch mit. Hap. Da ist das Katapult. Na toll. Ich hoffe mal... Gut, das ist fertig. Auch schön. Der scheint auch fertig zu sein. So. Da ist sogar ein Bauarbeiter. Ja, dann kann er das gleich noch verbessern. So. Das zweite Ding auch noch bauen. So, jetzt aber. Jetzt werden wir das Portal ausbauen, dass wir nicht immer den ganzen Weg latschen müssen. Sondern nur noch drei Viertel oder so. Na, nicht mal. Das sehe ich vorhin schon. So. Okay. Das war rechts von dem Bauernhof. Da konnten wir es platzieren. Hier. Jawohl. Dann wird das hier noch ausgebaut. Und dann haben wir eine Abkürzung, die uns direkt vom Rand ins Zentrum führt. Wunderbar. So. Wieder unsere klärglichen Steuereinnahmen nehmen. Mal gucken, ob wir auf der rechten Seite dann ein Portal bauen können. Aber ich denke mal, da wird es auch eine Möglichkeit geben. Hier vorne nicht. Hier sind die ganzen Felder schon. Da geht das nicht. Da muss ich wirklich komplett frei sein. Hier zum Beispiel. Das wäre eine gute Möglichkeit. Da kann man das doch gut himpflanzen. Eigentlich könnte ich das jetzt doch schon mal wagen, oder? Mit dem Angriff auf das rechte Portal. Warum nicht? Je früher, desto besser, weil dann werden die Hauptangriffe, also abgesehen von den Special-Angriffen, nicht immer so dramatisch. Wo sind sie? Äh, da. Wir wagen es einfach mal. Was kann schon schief gehen? Was muss das Portal gleich hier vorne? Ich würde sagen, dann fällen wir das Ding und bauen uns hier den Schützenturm hin. Wahrscheinlich ist das jetzt eh schon zu spät, aber schauen wir mal. Vielleicht kommt ja noch ein Bogenschütze her, rechtzeitig. Schnaub, die schnaub, die schnaub. So, ich hoffe, das spawnt jetzt schnell weg, dass wir schnell den Turm bauen können. So. Jetzt spawnt gleich leider auch das Zeltlager weg, aber man kann es nicht ändern. Ah, da kommen wir dann die erste Bogenschützin an, wunderbar. So, dann weiß ich mal das nochmal hier. Oh, jetzt wird's schon wieder Nacht. Äh, jetzt kommt der Angriff in die Nacht hinein. Das war vielleicht nicht so optimal. Hm, na egal. Kann man nicht ändern. Okay, das Portal ist zerstört. Hoffen wir mal, dass das einsame Katapult und die eine Bogenschützin das jetzt gebacken kriegen. Ist natürlich ein bisschen riskant jetzt. Oh Gott. Das sieht nicht gut aus. Sieht gar nicht gut aus. Immerhin zerstören die, äh, Gorilla-Viecher wieder. Uuuh. Wieder die Flugviecher. Oh mein Gott. Das ist übel. Wir brauchen Gold, um die Viecher zu besänftigen. Und zwar viel Gold. Und was haben wir hier? Sehr schön. So, wo sind sie, die Viecher? Ach, Mann. Ich will jetzt nicht alles verlieren hier, verdammte Kacke. Nein! Scheiße! Oh Mann! Das ist doch nicht wahr. Och, Mann. Ey, nur weil... Jetzt nehmen wir mal eine Königin. Nur weil er jetzt am Ende nicht rennen wollte, ey. Naja, war eh ein schlechter Spawn und so. Das kennt man ja. Wird das bestimmt besser. Garantiert. Vielleicht. Hoffe ich mal. Nein, diesmal bespricht das Tutorial. Ach Mist, hab ich schon wieder nicht, oder? Mann. So, dafür haben wir jetzt hier eine Quelle. Sehr schön, weil hier noch eine wäre irgendwo. Hm, ist aber leider nicht. Hießt aber leider nicht. Habe ich jetzt übersprungen? Ich glaube nicht, oder? Ne, hab ich nicht. Natürlich nicht. Also entfachen wir das Feuer. Heuern die beiden Leutchen an. Bauen uns einen Bogen. Einen Hammer. Ein Mäuerchen. Und noch ein Mäuerchen. Na, Anfang ist immer so ein bisschen... Zäh. So, baue erweitere, verteidige. Okay. Machen wir das. Und rühren erstmal zwei Leutchen an. Vielleicht haben wir ja Glück und diesmal sind die Statuen etwas näher, oder so. Hier haben wir schon wieder eine Quelle. Oh, hier ist ja das nächste Zettel, aber sehr schön. Nice, nice. Okay, hier ist schon mal wieder die Bauarbeiter-Statue. Hier ist der Schrein. Und da ist das erste Portal. Okay. Schrein können wir noch nicht bauen, weil wir noch nicht das Gold haben dafür. Haben wir mal Gold, um die beiden... äh, drei Leute? Okay, um die drei Leute da anzuheuern. Warum auch immer es drei sind? Ich glaube, ich gehe in Ordnung. Dafür locken wir erstmal hier zwei Rehe in die Verderben. Zu den Bogenschützen. Wenn wir sie jetzt noch treffen würden... Tolle Ausbeute war das jetzt ja nicht. Hier, Collagen. So, das Rehe locken wir mal wieder zurück. Jawoll. Dann heuern wir die beiden Kollegen da noch an. Na, kommt. Lasst euch jagen. Dann haben wir was im Magen. Aber eigentlich haben wir ja nur Gold. Huch, wo kommt das denn her? Hm. Gut, dann gibt's halt keine Rehrücken heute. Ja, okay. Gibt's doch noch. Na, sollst du nicht das Gold schnappen? Ach, komm. So, damit wir jetzt die erste Nacht unbeschadet überstehen. Schmeißen wir mal Gold hin. Einmal eine Palisarde. Ich denke mal, ein weiterer Bauarbeiter kann auch nicht schaden. Ich könnte mir mal einen Sport daraus machen und versuchen irgendwie bis Tag 10 das erste Lager... Äh, die ersten... Äh... Das erste Portal zu zerstören. Das wär doch mal was. Und das zweite vielleicht bis Tag 15. Müsste eigentlich doch klappen, wenn wir schnell genug sind. Oh, das ist nice. Jetzt haben wir hier ungefähr 20.000 Karnickel erledigt, indem wir versucht haben, den einen... Äh, Angreifer zu erledigen. Hm. Warum nicht? So, Tag 2 bricht an. Hier sind viele Karnickels. Zeit für die Jagd. Ich kann mal gucken. Wie das jetzt... Oh. Erstmal hier ausbauen. Und dann schauen wir mal, wie es auf der linken Seite aussieht. Nein, erstmal... Äh... Würde ich sagen, schauen wir mal... ...nach weiteren Bogenen. Die Leute sollen ja nicht arbeitslos sein. Na gut, wenn wir schon mal dabei sind, freuen wir mal noch ein paar Leutchen mehr an. Ihmchen hier. Und hier sind bestimmt auch noch jemand. Ein bis zwei. Bis fünf. Bis... Ja, der eine. Hep. So, jetzt gehen wir aber auf die linke Seite, ja. Wir wollen ja jetzt hier nicht, äh... ...den ganzen Tag nur hier rumlungern bei unserem Lager. Yeah. Können wir das weiter ausbauen schon? Ne, noch nicht. Ich brauche noch mehr Leute oder so. Ah, noch ein paar Bauarbeiter hier. Zack. Num, num, num. Trifft doch mal was. Ah, sehr gut. So, hier können wir eigentlich schon mal... ... ein bisschen Bäume fällen. Dass wir möglichst schnell expandieren können in Richtung der Quelle hier. Die ist doch noch weiter weg, als ich dachte. Dann ist eigentlich sinnvoll, da rechts das Lager wieder zu plätten und da die Quelle zu nehmen. So. Kein Topf voll Gold. Aber ein Lager. Das ist doch bestimmt irgendwo Gold. Hier ist noch ein Lager. Also Lager haben wir jetzt reichlich. Das ist eigentlich schon mal ein gutes Zeichen, weil dann können wir gleich schon viele Leute von Anfang anheuern. An, an. Hier ist der Bogenschützen. Statua-Apparat. Aber kein Gold. Das heißt, das Gold ist hier jenseits des Portals. Dafür können wir hier schon eine Mauer bauen. Das wäre eigentlich gar nicht mal so schlecht, das möglichst zu Anfang schon zu machen. So, aber als erstes würde ich sagen, werden wir den Schrein erweitern. Und rechts das erste Zeltlager plätten, dass wir uns den Bauernhof anlegen können, dass wir möglichst schnell viel Kohle verdienen. Das sind so unsere obersten Priorities jetzt. Das sind so viele Leute, die mir jetzt gar nichts bringt. Wahrscheinlich werden die angehörten Leute jetzt hier von den Monstern überrascht. Ja, einer zumindest. Na, vielleicht schaffen wir es noch. Ja, schaffen wir. Okay. Vielleicht lassen sich die Rehe hier auch noch wieder einfangen. Ich versuche es einfach mal. Es gibt immerhin viel Geld am Anfang. Drei Goldstücke pro Rehe, das erlegt wird. So, Nummer eins dreht um. Nummer zwei will nicht. Nummer zwei dreht um. Und das dritte? Ach, das ist noch eins. Nummer drei dreht um. Nummer vier dreht um. Okay, so reichen. So, dann heuern wir Ihmchen hier noch an. Und jagen mal die vier Rehe zu unseren Bogenschützen. Komisch, dass sie nicht Angst vor diesen Bauern haben. Aber sobald die uns gehören, die Bauern, drehen sie dann gleich um und scheuen zurück vor denen. Sehr seltsam. Liegt wahrscheinlich an der Farbe. Solange die noch ihre komische graue Bauernkluft anhaben, sehen die Rehe die wahrscheinlich einfach gar nicht. So, drei Rehe haben wir da. Ach, da ist das vierte. Da meine ich doch, dass es vier waren. So. Jetzt gibt es ein Gemetzel. Das eine haut schon wieder ab. Okay, eins haben wir erledigt. Zwei haben wir erledigt, das dritte ist abgehauen. Das war nicht Sinn der Sache. Moment. Lass mal Bäume fällen. Jetzt geht uns schon wieder hier die Schnappatmung aus. So, wo war denn jetzt die Lichtung? Ich wollte da doch... Lichtung, Lichtung. Hier hinten war die Lichtung. Okay, ist doch noch ein Stück weiter als ich dachte. Egal. So. Schmaßen wir da mal ein bisschen Gold hin, damit da keiner auf die Idee kommt, äh... uns die Leute, äh, oder die Bauarbeiter da wieder abspenstig zu machen. Meine Güte. Sprechen ist schwer. So, kriegen wir die Rehe auch noch zu unserem Dorf gejagt. So, kommt der Bauarbeiter, beziehungsweise zwei Bauarbeiter sogar. Ne, drei sogar. Okay. Gut, warum nicht? Kann man ja machen. Dann holen wir hier gleich noch ein paar Leutchen mehr an. Und können eigentlich gleich über Nacht hier hinten bleiben. Dann können wir nämlich das... äh, die Mauer gleich noch erweitern. Ah ja, da kommen ja schon die Viecher. Schnapp. Waren das alle? Oh, nice. So. Bauarbeiter, wo seid ihr? Das ist kein Bauarbeiter. Das ist ein Händler. Das ist ein Bauer und auch kein Bauarbeiter. Da kommen die Bauarbeiter. Sehr gut. So, wenn die Nacht rum ist, sollte ich eigentlich mal wieder Pause machen. Die Folge geht diesmal etwas länger, weil ich ja mittendrin leider gestorben bin und jetzt mein schöner Zeitcode durcheinander gebracht wurde. Weil eigentlich kann man immer pro Episode mit 20 Minuten immer fünf Folgen schön aufnehmen. Ah, fünf Tage. Weil ich festgestellt habe, ein Tag geht nicht fünf Minuten, sondern vier. Vielleicht wurde auch was geändert? Weiß ich gar nicht. Weil ich hatte eigentlich am Anfang immer das Gefühl, ein Tag geht fünf Minuten. Hm, keine Ahnung. Never mind. So. Okay, das wird jetzt ausgemauert, ausgebauert. So, dann finden wir den einen Baum noch. Dann können wir noch eine zweite Mauer daneben bauen. So, ich würde jetzt sagen, jetzt können sie ja die Katapulte schon herbringen. Aber das Problem ist, wir haben noch gar keine Katapulte. Und ich denke mal, bis zur fünften Nacht wäre es schon sinnvoll, Katapulte zu besitzen. Zumal die jetzt eine Weile brauchen werden, um sie rüber zu schleppen zur Mauer. Also, möglichst schnell... Oh, hier haben wir noch ein paar Rehe, die wir mitnehmen können. Wow, die war fleißig. Unglaublich. Oh, dafür war die umso fleißiger hier. So, Bauarbeiter. Wow. Die waren alle fleißig, würde ich sagen. Können wir schon mal die ersten Bauern anheuern. Die war auch sehr fleißig. Sehr schön. So. Na, obwohl... Nicht immer so gierig sein, Kollegen hier. Lass für euren anderen auch noch was übrig. So. Ich werde jetzt erstmal den Schrein erweitern, weil ich nicht weiß, ob ich jetzt noch genug Gold habe, um die anderen beiden da noch anzuheuern. Nein, das ist kein Schrein. Das ist ein Starthor. Und ich bin wieder außer Puste. Das war der Schrein. Bim, 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 bim. Ja. Hätte ich die beiden nämlich angeheuert, hätte ich nicht mehr genug Geld für den Schrein gehabt. Ist komisch, dass der Schrein sich von alleine baut. Aber wenn ich ein Portal ausbauen will, müssen die Bauarbeiter kommen. Sehr ominös. So, es hat gerade geruckelt. Das heißt, es sind gerade wahrscheinlich wieder die Monstren gespawnt, weil es Nacht wird. Und die haben noch immer keine Katapulte. Das ist De... Deef. Das ist Deef, sag ich mal so. Der Deef. Kann ich jetzt eigentlich schon Katapulte bauen? Ne, kann ich noch nicht. Das geht jetzt nämlich erst, genau. So, dann sollten wir schleunigst das Katapult für die linke Seite bauen. Oh, ja, ich weiß. Wir haben wieder keine Puste. Haben die noch Gold dabei? Ja. Okay. So, Katapulte numero uno. Rechts ist noch nicht so wichtig. Oh, ich gucke mal, was die Bugenschützer links inzwischen so wieder gejagt haben. Die müssten ja doch einiges jetzt haben. Wo sind die überhaupt? Wahrscheinlich sind die jetzt ganz am Ende bei der Mauer, logischerweise. Eine ist hier. Oh, war okay. Der nächste ist da. Auch nicht schlecht. Noch ein Burgenschütze. Ein angeheuerter... ...Type. Und steht hier auch ein Burgenschütze bei der... ...Huch, die ist ja gar nicht mehr vorhanden. Okay. Das ist nicht so gut. Tag 5 bricht an. Yeah. Und ich wollte ja eigentlich schon nach Tag 4, fällt mir gerade ein, also mal wieder eine Unterbrechung machen. Und das werde ich dann jetzt einfach mal nach Tag 5, also vor Tag 5. Also ihr wisst schon. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Und ich iPhone. Und ich kann das mal daaоде. Und ich bin ups Nuevo, daいい equation. Und dann mal wieder würde ich mir da della cola an, also ihr simplen. Und dann mache ich das mal.